Das Faszinierende an der Zeit ist einfach, dass man sich mit den einfachsten Mitteln schnell zu helfen weiß. Und dass man in der Zeit, die man dann im Museum ist, auch kein Handy dabei hat, dass man mal völlig abschalten kann. Normus ist ein EU-Interreg-projekt, um Zusammenarbeit zwischen Nordtyschen und Danischen Museen und Kulturinstitutionen. Tyschen und Danmark haben viele Verbindungen. Wir haben historische Böden, die sehr lange zurücker. Wir haben kulturelle Böden auch heute. Samhallen, gode naboer. Wir haben natürlich auch noch ein bisschen seltsam. Wir haben auch noch ein bisschen Verbindungen. Wir liegen nebenan. Wir sind naboer. Wir sind natürliche unsere Geschichte zusammen. Und das haben sie schon seit Jahrzehunderts. Museum Vestjylland und Oldenburg-Valmuseum arbeiten zusammen im Arbeitspark 6, der handelt um frivillige und Museumsarbeit. Das Besondere am Valmuseum sind, glaube ich, die ganzen Ehrenamtler. Die leben und leben füllen. Das ist ein Museum zum Anfassen, zum Fragen, zum Mitmachen. Wir haben frivillige von Oldenburg auf dem Festival her in Ringstedt. Das ist praktisch einen anderen Gang, die sind mit. Und wir machen eventen und sehen, wie die Dinge hier liegen. Ich finde es spannend, einfach mal eine andere Zeitstellung anzugucken und zu gucken, wie die dänischen Kollegen arbeiten. Ich finde es bisher sehr interessant. Es macht richtig Spaß, mal rumzugehen und ganz andere Ansätze zu sehen. Mein Eindruck ist, es sind beides wirklich große Veranstaltungen, wo einfach viel Herzblut drin hängt, viel Engagement, viel freiwilligen Arbeit. Das ist die beiden Seiten wirklich richtig nüge. Es ist einfach ein schönes Erlebnis für die besucher, zum Beispiel zu kreieren. Und wir haben von Museum Vestjylland, frivillige und personale in Oldenburg auf Oldenburg Valmuseum. Und wir arbeiten mit der, zusammen mit de frivillige. Samarbejdet mellem Museum Vestjylland und Oldenburg Valmuseum und das führt uns nicht nur zu erfaren, sondern auch zu kreieren. Und wir arbeiten mit freundlichen Aftener mit frivilligen und lönnenden Kollegen aufgrund der Grenzen. Und wir haben sehr gut gefreut, die beiden Museen in der Nähe. Und das ist auch mein Eindruck, dass die Personalität glücklich ist, und die frivillige auch. Das Highlight sind die Tage an sich selbst. Durch die Leute, die kommen, durch die Gemeinschaften, die da entstehen. Das ist das Faszinierende. Man kann sehr viele Fragen stellen. Die werden eigentlich immer beantwortet von unseren Darstellern, die da sind. Also wenn ich sehe, wie begeistert die Besucher und gerade auch mit Familien, mit kleinen Kindern aus dem Museum rausgehen, die nehmen schon was mit. Also da bin ich mir schon sicher, da bleibt was hängen. Das ist auf jeden Fall ein positives Erlebnis. Einfach mal was ganz anderes machen, als das, was man so stumpf im Museum vorgelebt kriegt. Mal wirklich praktisch was machen. Mal mit Leder arbeiten oder mit Speckstein, mit Bernstein, was man zu Hause vielleicht gar nicht so kann. Mal mit Leder arbeiten mit Leder. Es ist wichtig, dass die Eltern von Interesse wissen, dass es ungefähr ist. Es ist nicht ein Fantasie oder ein Monstrum auf einem Computerpiel. Es ist in Teil der Frage. Mein Motivation für die Arbeit mit dem Umholungsprojekt ist, dass wir sicherer sind, wie wir mit Freiburg arbeiten können und wie wir organisieren unsere ökonomischen Aktivitäten können. Man kann schon vorstellen, dass es damals nicht so toll war, aber für uns heutzutage ist es einfach mal raus aus dem Eichertal. Auf Wiedersehen! Bis nächstes Jahr!